Wir haben ja auch den History-Umwelt-Champion seit 2013 hier stehen, sehr stolz. Für die Rollen hat man jetzt auch was dran, für der Kollege, der sich selbst schon erzählt hat. Da sind wir schon stolz. Auf der rechten Seite steht ja unser Amtsheater, wo wir so vier Shows in der Sender-Woche haben. Und hier unsere Party-Area, wo wir wirklich mit Rudolf auch schon gesagt haben, unsere Galaparte machen. Nächste Woche haben wir die Huberfest.